Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderanalyse von Schalke 04. Der Bundesliga-Aufsteiger ist hier aktuell Tabellen 18. Und trotz der schwachen Hinrunde gibt es wieder Hoffnung auf Schalke, dass man die Klasse doch noch halten kann, vor allem auch bedingt durch den Sieg letzte Woche gegen Stuttgart. Heute gegen Bochum will man den nächsten Schritt gehen und unabhängig davon kann man schon jetzt mal auf den Kader einen Blick werfen, welche Spieler der möglicherweise Schalke im Sommer verlassen und wer denn doch noch an Bord bleiben könnte. Denn klar ist, unabhängiger Liga-Zugehörigkeit steht Schalke vor dem nächsten Umbruch. Man hat extrem viele Laien getätigt, extrem viele Verträge laufen auf, aus und zwar satte 16 Stück. Und wir schauen heute auf die große Frage, wer verlässt Schalke am Ende der Saison? Wir haben somit viel zu tun beim S04 und legen los mit Alexander Schwolo. Der ist ja im vergangenen Sommer zum S04 gewechselt, nachdem man ihn ja schon 2020 unbedingt haben wollte. Er sollte Schalkes Nummer 1 werden. Das ist er auch geworden. In der Hinrunde war der 30-Jährige gesetzt, aber zur Rückrunde wurde wieder mal Ralf Fährmann zu Nummer 1. Schwolo ist nur noch die Nummer 2. Unabhängig davon hat diese Laie eh keine Kaufoption. Bei Hertha verdient er auch nicht allzu wenig. Deswegen war für mich schon früh klar, dass Schwolo und Schalke höchstwahrscheinlich nicht über den Sommer hinaus weitergehen wird. Und jetzt ist es eh klar, durch seine sportliche Rolle Alexander Schwolo wird Schalke auf jeden Fall wieder verlassen. Interessanter ist die ganze Geschichte bei Sepp Vandenberg. Der 21-Jährige gilt ja als großes Talent. Nicht umsonst bildet er in den FC Liverpool seit ein paar Jahren aus und Jürgen Klopp und Co. wollen in Zukunft auf den Niederländer bauen. Bei Schalke sollte er Spielpraxis auf einem hohen Niveau bekommen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Problem, er konnte für den S04 gerade mal viermal spielen, weil er sich relativ früh in der Saison verletzt hat und seitdem fällt er aus. Somit ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wie die Perspektive ist. Aber eine Sache ist ja klar. Schalke besitzt ohnehin keine Kaufoption für Sepp Vandenberg und somit ist er vertraglich ab dem 1.7. wieder Spieler von Liverpool. Und bedingt dadurch, dass aktuell zumindest Yoshida und Jens gesetzt sind, Vandenberg immer noch behutsam aufgebaut werden muss, glaube ich, dass für ihn die Saison so gut wie gelaufen ist und er somit auch wirklich Schalke am Ende verlassen wird. Ich denke mal, in der kommenden Spielzeit geht es für ihn nochmal zu einem anderen Klub. Bleiben wir in der Innenverteidigung und sprechen über einen Schalker Aufstiegshelden und dazu gehört eben auch Margin Kaminski. Denn der kamer nach dem Bundesliga-Abstieg zum S04, war in der vergangenen Saison der Dauerbrenner und auch wenn ihn einige kritisch gesehen haben, fand ich ihn als Innenverteidiger für Schalke immer wieder stark, weil er vor allen Dingen mit seinem Aufbauspiel, mit seinem starken linken Fuß immer wieder gute Angriffe eingeleitet hat. In der Bundesliga läuft es für den 31-Jährigen aber noch so gar nicht. Zuletzt in der Startelf und das war das einzige Mal, stand er am ersten Spieltag gegen den 1. FC Köln. Danach wurde er erst auf die Bank rotiert und ab dann war er verletzt. Er hatte erst eine ungünstige Verletzung in der Hinrunde, eine Risswunde, weil er sich im Haushalt verletzt hat. Zur Rückrunde war er dann wieder fit, fiel aber auch zuletzt dreimal in Folge krankheitsbedingt aus. Gegen Stuttgart war er immerhin mal wieder im Kader. Aber Marcin Kaminski hängt halt aktuell hinten dran und wie vorhin schon bei Vandenberg angerissen, sehe ich aktuell nicht, dass in der IV Jens oder Yoshida verdrängt werden. Kaminski ist aber natürlich auch ein Spieler, den du bei einem möglichen Abstieg sicherlich in Liga 2 gebrauchen könntest. Weil er aber in der aktuellen Saison so wenig spielt und meiner Meinung nach auch nicht der perfekte Spielertyp für das System von Thomas Reis ist, gehe ich davon aus, dass er Schalke nach dann zwei Jahren wieder verlassen wird. Er ist und bleibt auf jeden Fall ein Schalker, der in Erinnerung bleiben wird, weil jeder, der bei der Aufstiegsmannschaft dabei war, hat eben auch das verdient. In der Bundesliga hat es nicht sein sollen und deswegen gehe ich hier von einem Abgang aus. Machen wir weiter mit dem individuell wohlmöglich besten Spieler auf Schalke. Und das ist Alex Kral. Im vergangenen Sommer hat ja Schalke die Regel genutzt, dass man in Russland spielende Ausländer von dort eben verpflichten kann für ein Jahr. Und genau darunter ist natürlich Alex Kral als Tscheche auch gefallen. Deswegen konnte Schalke den Nationalspieler durchaus günstig in den Ruhrport holen. Es ist sozusagen ein Modell wie eine einjährige Laie. Damit ist aber auch klar, dass Kral ab dem 1.7. wieder offiziell in Russland bei Spartak Moskau unter Vertrag steht. Und Schalke hat eben auch keine Kaufoption. Unabhängig allerdings von der Liga-Zugehörigkeit ist Alex Kral für Schalke kaum zu halten. Marktwert beträgt 4,5 Millionen Euro. Bei Abstieg hat man so oder so keine Chance. Und selbst wenn man die Liga hält, gehe ich davon aus, dass Alex Kral weiterziehen wird, weil er einfach schlichtweg zu teuer ist und sicherlich noch am besten ein bisschen gezeigt hat, dass er in einer ersten Liga, in einer Top-Liga auf jeden Fall funktionieren kann. Auch der nächste Spieler ist ein Neuzugang aus dem vergangenen Sommer und zwar Maya Yoshida. Der 34-Jährige ist ja Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, auch auf Schalke, seit Beginn an Führungsspieler und hat jedes einzelne Fliehspiel von Anfang an bestritten. Nur einmal in der Hinrunde wurde ausgewechselt, sonst stand Yoshida jede Sekunde auf dem Platz. Apropos Hinrunde, da hatte ja Yoshida noch große Probleme. Mittlerweile gibt es aber auch zu Recht Lob für seine Leistungen. Er ist, kann man sagen, endlich auf Schalke angekommen. Und bei Yoshida ist die ganze vertragliche Angelegenheit schon fix geregelt. Denn was klar ist, beim Abstieg endet sein Vertrag auf jeden Fall, dann ist Yoshida auch weg. Aber wenn Schalke in der Bundesliga bleibt und Yoshida 25 Mal in der Startelf steht, dann verlängert sich sein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. 24 Mal stand Yoshida schon in der Startelf. Gut möglich, dass er Teil 1 einer Vertragsverlängerung schon heute erfüllen wird. Davon gehe ich auch aus. Und dann braucht es eben noch den Klassenerhalt und dann würde Yoshida automatisch Schalker bleiben. Sprich, Stand jetzt, kann man noch nicht sagen, ob er bleibt oder nicht. Aber es ist zumindest schon klar geregelt. Machen wir weiter mit einem Winterneuzugang. Und das ist Michael Frey. Generell hat sich ja Schalke im Winter ausschließlich mit Leihspielern verstärkt. Die meisten nehmen auch nur für dieses halbe Jahr. Und darunter fällt auch Michael Frey. Der hat in der Bundesliga bislang für Schalke sieben Mal gespielt. In allen Spielen, wo er hätte spielen können, stand er auf dem Platz. Zu Beginn noch viel als Joker. Die letzten Male immer in der Startelf. Dabei konnte er zwei Tore vorbereiten. Vorhin ja letzte Woche gegen Stuttgart mit einer schönen Flanke. Das 1-0 vorbereitet durch Dominik Drexler. Ist ein Arbeiter. Eine Pressingmaschine könnte man sagen. Und passt somit als Spielertyp auf jeden Fall gut in das System von Thomas Reis. Eine Kaufoption hat Schalke auch. Und zwar für beide Ligen. Die Höhe ist hier allerdings nicht bekannt. Und Marktwerte des Schweizers beträgt er 4,5 Millionen Euro. Und somit ist auch hier Freys Zukunft noch komplett offen. Wenn ich ihn mir als Spielertyp so angucke, ist es auf jeden Fall jemand, der zum System Thomas Reis passt. Trotzdem ist auch klar, dass er ja auch an sich erstmal nur gekommen ist, weil sich Sebastian Polter verletzt hat. Und der wiederum ist im Sommer wieder fit und hat eben auch dann noch einen laufenden Vertrag von Schalke. Wie man hört, auch Liga unabhängig. Zudem kommt mit Marvin Pieringer ein weiterer Schnummer zurück. Simon Terodde gibt es auch noch. Über den reden wir gleich mal. Deswegen müsste Michael Frey schon, glaube ich, extrem überzeugen, dass man ihn halten wird. Beim Abstieg wird man, glaube ich, selber sagen, nein, dann macht das finanziell keinen Sinn. Beim Klassenerhalt könnte ich mir einen Verbleib von Frey schon vorstellen. Aber auch nur, wenn er wirklich komplett überzeugt. Aktuell ist das meiner Meinung nach okay. Er muss sich sicherlich nochmal steigern, damit eben auch Schalke wirklich nochmal ordentlich Geld für ihn investieren wird. Ähnlich wie bei Maya Yoshida ist auch die Zukunft von Moritz Jens so zumindest geklärt, dass es klare vertragliche Vereinbarungen gibt. Denn auch der ist im Winter zu Schalke gewechselt. Auch hier auf Leihebasis für ein halbes Jahr. Und Moritz Jens hat sicherlich als Neuzugang den größten Impact auf die Mannschaft. Ich habe persönlich selten auch auf Schalke jemanden gesehen, der von Sekunde 1 an, also auf dem Spielfeld der Mannschaft, unglaublich geholfen hat. Ist ja ein sehr präsenter Innenverteidiger, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt, der eben auch Maya Yoshida verbessert und auch immer wieder bei gegnerischen Standards durchaus für Gefahr sorgt. Rundum, der Deal mit Moritz Jens ist ein richtig, richtig starker gewesen. In allen fünf Bundesligaspielen, wo er spielen konnte, stand aber die volle Distanz auf dem Platz. Man merkt auf jeden Fall, wie wichtig Jens für Schalkes Defensive ist. Und auch hier gibt es eine Kaufpflicht für Schalke und zwar bei Klassenerhalt. Die liegt wohl bei circa 4 Millionen. Und Jens selber hat auch schon gesagt, dass er sich auf Schalke wohl fühlt, dass er sich das gut vorstellen kann, auch hier zu bleiben. Aber auch dafür ist eben halt der Klassenerhalt notwendig. Unabhängig davon ist aber auch dann schon klar, wenn Schalke die Klasse hält, werden auf jeden Fall diese 4 Millionen Euro nötig sein, um ihn zu halten und die werden dann auch bezahlt. Es ist natürlich relativ viel Geld für Schalke 04, solche 4 Millionen Euro zu zahlen. Deswegen auch wie angerissen bei Michael Frey, die Kaufoption, musst du halt gucken, wie viel Geld du schon für andere Spieler ausgegeben hast. Denn Moritz Jens bleibt auf jeden Fall, wenn Schalke die Klasse hält. Und darüber würden sich sicherlich auch alle freuen. Beim Abstieg ist aber auch wiederum klar, ist er dann auch für Schalke nicht zu halten. Nächster Spieler, nächster Winterneuzugang, nächster Leihspieler, Eda Balanta. Den hat sich ja Schalke am Ende des Transferfensters nochmal geholt, um eine weitere Option auf der 6er Position zu haben. Balanta gilt in seiner Heimat Kolumbien als Pitbull auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers, weil er einfach ein unglaublich aggressiver Spielertyp ist. Er bringt aber auch damit Komponenten mit, die meiner Meinung nach Schalke gut tun. Und bislang hat er einmal von Beginn an gespielt, einmal wurde er eingewechselt. Seine Fähigkeiten werden halt immer dann eingesetzt, wenn man sie zwingend braucht. Und ich glaube, damit hat man sich auch durchaus einen Gefallen getan. Man hat einfach eine weitere erfahrene Lösung, auch durchaus für die IV, wenn man dort ähnliches Verletzungsbech hätte wie in der Hinrunde. Aber es ist eben auch eine Laie ohne Kaufoption. Und da sehe ich auch ganz klar die Regelung. Balanta ist jetzt dieses halbe Jahr auf Schalke, bietet Reis nochmal mehr Möglichkeiten auf der 6er Position. Unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit sehe ich ihn über den Sommer hinaus damit aber auch nicht auf Schalke. Michael Langer ist übrigens Schalkes dienstältester Profi ohne Unterbrechung. Mit Unterbrechung ist das natürlich Ralf Fährmann. Und damit sieht man auch, welchen Stellenwert Michael Langer innerhalb des Vereins so hat. Langer ist natürlich aber auch ein Spieler, der vielleicht bei neutralen Zuschauern gar nicht wirklich bekannt ist. Bei Schalke ist er dritter, vierter Keeper, je nachdem wie man jetzt da die Rangfolge setzen möchte. Und einfach eine Konstante in dieser Mannschaft. Er ist schon jetzt auf jeden Fall nebenbei Mitarbeiter im Verein, macht ein Trainee-Programm, schnuppert mal in jedem Bereich so rein. Und deswegen ist er schon klar geregelt. Sein Karriereende steht bevor. Im Sommer ist dann wohl auch endgültig Schluss. Ganz interessant. Langer war diese Saison auch schon mal als Ersatz Torwarttrainer bei Schalke. Weil dort der eigentliche Torwarttrainer krankheitsbedingt ausgefallen ist. Vielleicht auch eine Perspektive für ihn. Schalke wird den Österreicher auf jeden Fall im Verein halten. Auch er ist ein S04-Spieler durch und durch, weil er Jahr um Jahr auch gerne bleiben wollte. Rein sportlich, rein auf Profi-Niveau. Was den Fußballer Michael Langer angeht, wird das Kapitel aber dann im Sommer zu Ende sein. Nächster Leihspieler, nächster Winterneuzugang, Chere Uronen. Der kam ja als neuer linker Verteidiger, wo sich ja Thomas Reis auf jeden Fall nochmal verstärken wollte. Überbedingt dadurch, dass man Kerem Chalanuklu verliehen hat. Und Thomas Ouvian auch weiterhin, auch ja jetzt in der Rückrunde, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Chere Uronen ist ein defensiv starker linker Verteidiger. Das zeigt auch, weil er bislang noch nicht auf eine Torvorlage kommt, doch seine Flanken sind sicherlich verbesserungswürdig. Aber der 28-jährige Finne hat dabei geholfen, Schalkes Abwehr zu stabilisieren. Deswegen umso bitterer, dass er zuletzt gegen Stuttgart und auch heute gegen Bochum ausfällt. Auch hier gibt es eine Laie mit Kaufoptionen. Und da ist auch egal, welche Liga Schalke spielt. Sprich, sowohl wenn man absteigt, als auch wenn man mit der Klasse hält, hat man auf jeden Fall die Chance, Chere Uronen zu halten. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man das auch machen möchte, weil er eben unter Thomas Reis gesetzt ist. Für mich ist aber dann noch hier die Frage, wie viel würde er kosten? Weil wenn man dann eben schon diese 4 Millionen Euro für Jens bezahlen würde, und wir haben auch gleich nochmal einen anderen Kandidaten, wo es ähnlich ist, dann ist das schon sehr, sehr viel Geld. Und sollte dann Uronen vielleicht auch nochmal 1, 2 Millionen Euro kosten, Dann würde ich sagen, gibt es sicherlich schon auch auf dem ablösefreien Markt Spielertypen, die vielleicht auch nochmal einen Ticken mehr Qualität mitbringen. Bis hierhin ist das okay, was Uronen spielt, auch wenn ich dann doch schon eher Fan bin von einem Thomas Ovian, der einfach offensiv stärker ist. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Hier ist die Zukunft auf jeden Fall noch fraglich. Ein Spieler, der bei Schalke-Fans durchaus immer wieder für Diskussionen sorgt, ist Dominik Drexler. Wie gut ist er eigentlich? Kann er Schalke helfen? Ist er vielleicht zu schlecht für die Bundesliga? All das sind Themen, über die Schalke-Fans immer und immer wieder diskutieren. Ich persönlich mag Dominik Drexler sehr, ist einfach ein Typ, der meiner Meinung nach sehr, sehr gut zu Schalke passt, der vorangeht, der eben auch erlebt hat, wie dieser Klub funktioniert in der 2. Liga. Und, das darf man nicht vergessen, ganz interessant auch für seine Kritiker, er ist Schalkes Top-Score in der Bundesliga. Drei Tore und drei Vorlagen in 18 Spielen. In der aktuellen Saison pendelt der Drexler so ein bisschen zwischen Bank und Startelf. Zuletzt durfte er wieder als Flügelspieler zweimal ran. Davor wurde er dreimal eingewechselt. Also, er spielt eine ganz gute Rolle, mit der er, glaube ich, durchaus auch zufrieden ist. Weil er eben auch selber merkt, er ist auch weiterhin für Schalke wichtig. Er selber hat sich auch mal gegenüber Transfermarkt.de über seine Zukunft geäußert, weil eben sein Vertrag ausläuft und würde auch sehr, sehr gerne über den Sommer hinaus bei Schalke bleiben. Denn er fühlt sich super wohl in dem Verein und kann sich mit allem, was zu Schalke dazugehört, super auch identifizieren. Für ihn ist aber auch klar, dass es eben aktuell wahrscheinlich noch keine Gespräche geben wird, weil das Sportliche im Verein einfach wichtiger ist. Aber er selber kann sich auf jeden Fall vorstellen, noch lange zu bleiben. Und wenn ich mir dann anschaue, wie Schalke generell so plant, dass man mit Thomas Reis einen Trainer hat, der auch durchaus auf Dominik Drexler setzt, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar die größte Wahrscheinlichkeit haben, von allen Spielern, die wir heute besprechen, dass Dominik Drexler an Bord bleibt. Sollte man absteigen, würde ich ihn als erfahrenen Mann auf jeden Fall mitnehmen. Und sollte man drin bleiben, finde ich ihn als Offensiv-Allzweck-Waffe, den du immer wieder reinschmeißen kannst, auch durchaus interessant, weil es eben auch wichtig ist, im Kader Spieler zu haben, die diesen Klub kennen, die wissen, was Sache ist, aber eben auch eine gewisse sportliche Qualität mitbringen. Ich weiß noch einmal, Drexler ist im Schalker-Fanumfeld nicht unumstritten, es gibt viele Meinungen über ihn, aber er ist auf jeden Fall jemand, der vorangeht, der sportlich durchaus überzeugt. Ich persönlich würde seinen Vertrag auf jeden Fall nochmal um ein weiteres Jahr verlängern. Und dann haben wir auch noch Tim Skarke und damit den nächsten Winter-Neuzugang auf Leihbasis. Tim Skarke war ja schon vor dem Transferfenster im November, Dezember Schalkes klarer Wunschspieler für die Position des Flügelspielers. Am Ende hat man ihn dann doch noch holen können, plus auch die Leihe ausgehandelt mit einer Kaufoption für beide Ligen. Nun, sechs Spiele später, die er für Schalke bestritten hat, kann man sicherlich sagen, im Ansatz hat man schon gesehen, dass der 26-Jährige ganz gut auch zur Taktik von Thomas Reis passen könnte. Er hat aber davon noch zu wenig gezeigt und Problem, seit ein paar Spielen fällt er dann auch noch verletzungsbedingt aus. Deswegen ist für mich auch hier die Sache erstmal klar. Man muss sich ganz genau anschauen, wie sich Tim Skarke im Laufe der Rückrunde noch entwickelt. Interessant ist natürlich bei ihm, sollte man absteigen, könnte man ihn halten, hätte damit auch schon einen guten Zweitligaspieler. Sollte man in der Bundesliga bleiben, würde man ja schon ein gewisses Geld für andere ausgeben. Auch da wäre dann für mich nochmal die Frage, ist es wirklich richtig so, dann für Tim Skarke vielleicht auch 1-2 Millionen Euro auszugeben oder gibt es da nochmal günstigere Alternativen auf dem Markt. Deswegen auch hier die Zukunft von Tim Skarke noch komplett offen, hängt aber halt auch sehr stark davon ab, wie er eben noch im Laufe der Rückrunde performen wird. Zwei Spiele haben wir noch und dann sind wir durch und einer davon ist natürlich Simon Terodde. Schalkes Aufstiegsheld schlechthin, 30 Tore in 30 Zweitligaspielen plus Führungsspieler ohne Ende. Wenn man sich auf Schalke letztes Jahr mit einem identifizieren wollte, dann war es sicherlich auch auf jeden Fall Simon Terodde. Er hat ja immer noch auch eine große Dankbarkeit auf Schalke. Ich glaube, wir Schalke-Fans sind alle froh, dass Simon Terodde weiterhin auf Schalke spielt. Frage ist aber, wie lange er das halt noch tut. Geht es über den Sommer hinaus weiter mit Simon Terodde auf Schalke? Denn zum einen hatte er in der Hinrunde durchaus seine Probleme mit den Tore schießen. Da gab es dann wieder viel Kritik, auch von anderen Seiten. Ja, seht ihr doch, Terodde kann einfach Bundesliga nicht. Das funktioniert nicht. Ich bin immer noch der Meinung, Terodde funktioniert schon in der Bundesliga, wenn man ihn eben richtig einsetzt. Nun kommen wir meiner Meinung nach zum nächsten und das ist das größere Problem. Simon Terodde ist nicht optimal für den Pressing-Fußball von Thomas Reis. Das soll gar nicht böse klingen, aber ist meiner Meinung nach halt ein Fakt. Terodde ist ein Strafraumstürmer, der Flanken braucht, der in der Box steht. Der ist auch sehr, sehr fleißig mittlerweile gegen den Ball. War auch letzte Saison teilweise Schalke ist besser Defensivspieler gefühlt, wenn mal die anderen Leute ein bisschen gepennt haben. Aber unter Reis funktioniert halt nochmal schon mal besser. Hat er einfach nochmal ein Ticken Pressing stärker sind, laufintensiver agieren können. Und deswegen hat er ja auch zuletzt seinen Stammplatz verloren. Aber Terodde ist und bleibt natürlich ein Top-Stürmer für die 2. Liga, auch mit seinen 35 Jahren. Er lebt Schalke wie nahezu kein anderer und hat auch schon selber gesagt, dass er gerne bleiben würde. Will ja auch generell noch ein paar Jahre auf hohem Niveau kicken. Für mich, rein vom Gefühl her, bin ich aktuell eher bei einem Abgang, muss ich sagen. Weil auch hier haben wir halt wieder die Stürmer-Situation. Marvin Piringer kommt im Sommer zurück, erhofft sich sicherlich schon eine Rolle zu spielen. Passt, finde ich, auch ganz gut zum Thomas-Reis-Fußball. Sebastian Polter hat dann auch 2 Jahre Vertrag, ist wieder fit, kennt Thomas Reis in- und auswendig. Sprich, die beiden hast du auf jeden Fall, unabhängig der Liga. Wenn du die Klasse hältst, hast du sicherlich nochmal mehr finanzielle Möglichkeiten, auch Michael frei halten zu wollen. Und dann gibt es eben noch Simon Tirodde. Also wenn man mich jetzt fragt, bin ich eher bei einem Abgang, hoffe aber darauf, dass man ihn auf jeden Fall nochmal behalten wird. Und wenn man absteigen sollte, dann wird man auch sicherlich, glaube ich, zumindest seinen Vertrag nochmal verlängern, weil man einfach weiß, was er in der 2. Liga kann. Bei einem Bundesliga-Klassenerhalt wird es, glaube ich, für ihn persönlich schon durchaus eng. Kommen wir zum letzten Spieler, zum 14. Akteur hier und das ist Tom Kraus. Und auch da können wir es durchaus kurz machen. Tom Kraus ist ja Schalkes Dauerbrenner im Zentral-Mittelfeld, stand in jedem Spiel in der Startelf und ist natürlich auch ein Schalker durch und durch. Er ist Schalke-Fan, er lebt diesen Klub und damit kann sich sicherlich auch viel auf dem Publikum mit anfreunden. Zudem ist er 21 Jahre jung, deutscher U-Nationalspieler und bringt sicherlich das Potenzial mit, zu einem Top-Spieler mal zu werden. Auch hier ist die vertragliche Lage klar. Hält Schalke die Klasse, greift in der Laie mit Erbe Leipzig eine Kaufpflicht von ca. 4 Millionen Euro. Sonst ist Tom Kraus aber weg. Denn auch wenn er Schalke-Fan ist, hat er auch schon selber betont, und das finde ich dann auch vollkommen fair und legitim, er will halt erste Liga spielen. Er will sportlich hoch hinaus, ist aber auch sehr, sehr froh, gerade auf Schalke zu sein. Deswegen gehe ich auch davon aus, wenn man halt absteigt, ist er weg. Da gibt es für mich keine Diskussion. Hält man die Klasse, bleibt aber auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr. Und Schalke würde dann eben auch zumindest für Kraus und Jens schon gesicherte 8 Millionen Euro ausgeben, was natürlich schon sehr viel Geld wäre. Deswegen nochmal ganz kurz auch für euch als Hinweis, weil ich ja zu einigen Spielern gesagt habe, muss man mal gucken, wie es finanziell passt. Das ist dann schon sehr viel Geld, wenn Schalke die Klasse hält. Aber eben auch klar vertraglich vereinbart, Jens und auch Tom Kraus würden dann auf Schalke bleiben. Kommen wir nun nochmal zu meiner Übersicht, Verbleib ja oder nein, die wir jetzt zügig durchgehen, weil das Video schon relativ lange geht. Auch hier seht ihr unten nochmal bei den Abgängen Bujelab und Kulucicak, die habe ich hier ganz bewusst rausgelassen. Zukunft ist geklärt, aussortiert, sind in der zweiten Mann schon im Training, mehr aber auch nicht mehr, werden Schalke verlassen. Ansonsten bei den Abgängen für mich auf jeden Fall klar, Schwolo und Langer, wie eigentlich auch Vandenberg und Ballanta und auch Alex Kahl, kann ich mir nicht vorstellen, dass den Schalke halten kann. Marcin Kaminski könnte man vielleicht mit in die zweite Liga nehmen, glaube ich allerdings irgendwie auch nicht. Fraglich ist die Lage vor allen Dingen bei den Winternautzugängen, wie Frey, Jens, Uronen und Skarke. Bei Jens hängt es ganz klar von dem Ligaverbleib ab, bei Frey, Uronen und Skarke, meiner Meinung nach davon, wie teuer sie sind und wie sie im Laufe der Rückrunde funktionieren. Bei Yoshida ist vertraglich auch alles geregelt. Interessant wird es vor allen Dingen bei Terodde und Drexler. Während ich bei Terodde vom Gefühl her eher beim Abgang bin, bin ich bei Drexler tatsächlich sogar echt überzeugt davon, dass er nochmal einen neuen Vertrag bekommen wird. Und somit war das mal meine ausführliche Analyse zum FC Schalke 04, wo wir 16 auslaufende Verträge haben. Ich denke mal, ihr habt einen ganz guten Überblick darüber bekommen, wer gehen könnte, wer bleibt. Und ihr könnt da mal gerne selber in die Kommentare schreiben, was denkt ihr oder wie würdet ihr entscheiden, wen verlängern, wen abgeben. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.